Servus Leute, heute habe ich wieder ein kleines Technik-Video für euch und zwar schauen wir uns das neue Cheftron Leviathan an. Ist ein EFC-System, welches sich komplett über Bluetooth einstellen lässt und wir sprechen auf jeden Fall im Detail wieder an, wie baut man es rein, wie sind die Platinen gefertigt, was kann man alles einstellen und taugt es Zeit oder taugt es nicht. Gerade auch im Vergleich zur ASCU, zum Perun und auch zum Tiden. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Dann fangen wir an, zunächst mal mit dem Lieferumfang. Leviathan kommt in so einer schönen schwarzen Box geliefert, so ein schöner Karton hier. Hier vorne drauf Leviathan-Logo, Semi-Only-Version, unten Bluetooth, auf der Seite Make Your Gun Smart, dann hier einmal Barcode, Apple Store, Google Play Store und hinten drauf noch ein bisschen die einzelnen Funktionen. Dann machen wir das Ganze mal auf, schauen wir mal was wir im Inneren alles finden bei dem Teil. Zunächst mal eine Gebrauchsanweisung, hier relativ klein das Ganze, aber schön übersichtlich, komplett auf Englisch das Ganze, wird man wahrscheinlich nicht benötigen. Schauen wir mal, dann hier einiges an Schaumstoff, hier ein kleines Tütchen, da haben wir eine kleine Schraube drin für die Montage oder für die Befestigung. Dann einmal so ein kleiner Schaumstoff, so ein kleiner Schaumstoffblock mit einem doppelseitigen Klebeband, den brauchen wir vielleicht später um die Platine zu fixieren. Dann einen Abzug, das Ganze mit Gewindestift, hier könnt ihr also später den Abzugsweg einstellen und ihr seid auch darauf angewiesen, exakt diesen Abzug zu verwenden. Und dann abschließend noch einmal hier drin, einmal euer MOSFET oder eure Platine selbst, auch hier die ganzen Kabel nochmal schön mit so einer Folie gesichert, damit sie nicht aufgehen. And voila, remove, ach ja hier, das war auf der Seite dran. Hier ist noch so ein Aufkleber drauf, remove, also machen wir auch weg damit. Und dann ist das Ding soweit schon mal ausgepackt. Okay, so dann würde ich sagen, ich zerlege jetzt mal ganz kurz die ICS, nehme die Shell auseinander und dann bauen wir das Teil mal rein. Bevor wir das Ganze jetzt reinzimmern, wäre es vielleicht zunächst einmal interessant, dass wir uns die Platine ganz kurz im Detail mal anschauen. Ich habe jetzt einmal das Upper Board vom Lower Board getrennt und jetzt sehen wir zunächst einmal, dass das Leviaton nicht wie das Tiden oder das Peron mit optischen Sensoren funktioniert, sondern das Ganze ist mechanisch geregelt. Bedeutet, wir haben hier einmal einen kleinen Mikroschalter für den Steuernocken vom Sektor Gear und ebenfalls hier nochmal einen kleinen Mikroschalter für den Abzug dran. Hier aber schön gelöst, wir drücken nicht direkt auf den Mikroschalter mit dem Abzug drauf, sondern wir fahren mit dem Abzug dran vorbei. Wenn wir das Ganze hier ansetzen, seht ihr, dass hier quasi der Mikroschalter ist und hier drücken wir nicht direkt auf den Mikroschalter drauf, sondern der Abzug läuft hier einmal sauber vorbei. Das war ja früher bei dieser Prozessor-Unit ein großes Problem, wenn man hier direkt auf den Mikroschalter gedrückt hat und jemand drückt zu stark, sage ich mal, hat wenig Gefühl im Finger drin, dann konnte es schnell passieren, dass der Mikroschalter beschädigt würde. Dann haben wir hier seitlich noch einen kleinen Reset-Knopf dran, hier kann man später zum Beispiel den BB-Counter resetten, das zeige ich euch aber alles. Dann sieht man auch, hoffentlich kann man das irgendwie erkennen, die gesamte Platine, die ganzen Chips sind auch wieder komplett mit Lack überzogen und dementsprechend vor Feuchtigkeit geschützt. Wenn wir dann einmal das Lowerboard umdrehen, finden wir seitlich noch mal zwei kleine Mikroschalter, und zwar einmal hier und einmal hier für die Selector-Plate, sprich einmal Semi- und einmal Full-Auto. Full-Auto selbstverständlich bei der Semi-Oni-Version für Deutschland deaktiviert. Dann vielleicht noch ein kleiner Punkt, dadurch aber, dass wir jetzt hier mechanische Mikroschalter haben, natürlich von der, ja wie soll ich sagen, mechanisch kann es schneller kaputt gehen wie optische Sensoren. Dementsprechend, wie gesagt, ein Tiden zum Beispiel mit optischen Sensoren, ja, wird nicht so stark belastet wie jetzt zum Beispiel so ein Mikroschalter. Bedeutet, wenn der hier halt, keine Ahnung, mal 50.000 mal betätigt wird, kann es eher passieren, dass der beschädigt ist wie so ein optischer Sensor. Denn ein optischer Sensor kann letztendlich nur schmutzig oder dreckig werden, dann macht man sauber und fertig. Ein mechanisches System kann, wie gesagt, beschädigt werden und dementsprechend eben früher oder später mal hops gehen. Aber ansonsten auch von der Qualität her von den Platinen hervorragend, auch die Lötpunkte von den einzelnen Kabeln sind wirklich tip-top. Und auch die Kabel hat jetzt Jeftron geändert. Da hatte man mal, ich habe da vorhin mal eine ausgebaut, passt mal auf hier. Mal zum Vergleich, das waren noch die alten Kabel von Jeftron, das waren diese dicken Silikonkabel. Und die waren teilweise immer mega nervig zum Reinlegen in die Shell. Erstens mal waren sie relativ dick, das ist vom Durchmesser zwar in Ordnung, es geht viel Strom durch. Aber wie gesagt, zum Reinbauen oder zum Verlegen waren die immer ein bisschen nervig. Und auch konnten wir die Isolierung relativ schnell beschädigen. Jetzt beim Leviaton sind schönere Kabel dran. Die sind vergleichbar auch mit den Kabel vom Gate zum Beispiel. Sind ein kleines bisschen dünner, lassen sich aber hervorragend in die Shell reinlegen. Seht ihr, ihr könnt in die Position, wie ihr das hier haben wollt, perfekt einmal hinbiegen. Und das ist wie gesagt um einiges schöner wie bei den alten Jeftron Modellen. So, also wie gesagt, Kabel sind in Ordnung im hinteren Bereich. Vielleicht kann man auch gleich noch sagen, wir haben natürlich gleich alle Stecker komplett gleich dran. Also ihr müsst absolut nichts löten bei dem System. Bedeutet einmal unten die Kabelschuhe für den Motor. Dann hinten eine kleine 30 Ampere Sicherung drin, seht ihr hier. Und dann hinten einmal direkt gleich einen T-Stecker mit dran. Also komplett fix und fertig und dementsprechend braucht ihr absolut keine Lötkenntnisse, um dieses System verbauen zu können. So, jetzt bauen wir das Teil rein. Wie vorhin gesagt, ich zeige euch das Ganze bei einer ICS Split Gearbox. Das ist aber relativ egal, ob ihr jetzt hier eine herkömmliche V2 Gearbox Shell habt oder eben eine ICS. Das ist egal, wie gesagt, ihr könnt es auch bei einer herkömmlichen V2 ebenfalls exakt so umsetzen. Zunächst einmal baut ihr die Shell natürlich komplett raus, eure Gearbox und macht sie auf und schmeißt alles raus. Das bedeutet, komplette Gears raus, der Anti-Reversal raus und ebenfalls hier vorne komplett alles raus. Sprich im unteren Bereich, der Safety-Level, den brauchen wir später auch nicht mehr. Eure Selector-Plate raus, auch euer Cut-Off-Level muss komplett raus. Auch diesen benötigen wir nicht mehr. Und selbstverständlich einmal auch die gesamte Switch-Assembly mit euren normalen Kabeln. Alles raus damit. So, dann nehmen wir einmal die Platine her. Ich habe jetzt zwar, können wir es jetzt, ja, lassen wir es ja mal einzeln. Wie gesagt, ich habe das Top-Board einmal entfernt davon. Ihr könnt es aber selbstverständlich auch darauf stecken lassen. Ansonsten, wenn ihr es auch entfernen wollt, einfach einmal vorsichtig nach oben abziehen. Später natürlich wieder aufpassen, wenn ihr es wieder draufsteckt, dass ihr die Pins nicht verbiegt oder ja nicht daneben steckt. Also wieder vorsichtig alles anstecken. So, jetzt müssen wir das Ding erstmal gucken, ob es sauber in die Shell reinpasst. Und hier ist wichtig, dass ihr kontrolliert, dass die Platine plan in der Shell drin liegt oder in der Gearbox. Bedeutet, ihr setzt sie hier einmal vorsichtig an und drückt sie ganz leicht ein bisschen nach unten. Und hier passt es bei ICS hervorragend. Seht ihr, die sitzt komplett einmal plan in der Gearbox Shell drin. Also hier absolut kein Spalt mehr zwischen Gearbox-Gehäuse und der Platine. Wenn das bei euch nicht der Fall sein sollte, müsst ihr gucken, ob die Platine irgendwo ja ansteht oder ob irgendwo so ein kleiner Nupsel oder irgendwas im Weg ist. Dann müsst ihr diesen entfernen. Anders ist es nicht möglich, die Platine hier reinzubauen und auch kann die Platine dann später beschädigt werden. Also hier unbedingt darauf achten. Wenn ihr dann eure Platine einmal in der Gearbox ausgerichtet habt und diese schön sauber plan unten aufliegt, müssen wir diese noch festschrauben. Hier könnt ihr entweder aus dem einen Beutelchen die Schraube verwenden, welche dabei ist. Ich nehme einfach jetzt die Originalschraube von ICS, von der Switch Assembly. Das ist die schwarze hier. Allerdings ist hier zu beachten, ich nehme jetzt hier aus dem Beutel, da war noch eine kleine Scheibe dabei, so eine kleine Unterlegscheibe. Diese verwende ich, denn ihr müsst jetzt beim Festziehen, machen wir es vielleicht ganz kurz mal, diese schrauben wir jetzt ganz leicht handfest zu, also nicht übertreiben, ansonsten kann es passieren, dass die Platine irgendwie platzt. Leicht handfest ausreichen, dann drehen wir das Ganze mal um und jetzt hier kontrollieren auf der anderen Seite der Shell, dass die Schraube nicht zu weit rauskommt. Die sollte also so gut wie plan sein, wenn ihr hier drüber fahrt mit dem Finger. Kommt sie bei euch zu weit raus, müsst ihr ein bisschen mit der Pfeile drüber oder mit dem Dremel. Ansonsten, wie gesagt, ich habe jetzt die Originalschraube verwendet und einfach die Unterlegscheibe noch, welche beim Leviathan dabei war und jetzt passt die Original-ICS-Schraube ohne Probleme. Dann können wir auch hier gleich jetzt die Selector-Plate ansetzen. Die Originale natürlich, bedeutet einmal hinten ansetzen bei ICS, einhaken, vorne und dann das Ganze nach vorne schieben. Und jetzt seht ihr hier einmal die kleine Mikroschalter seitlich und jetzt müsst ihr aufpassen. Und zwar, jetzt seht ihr, dass der Mikroschalter im unteren Bereich schon fast, das ist ganz ganz knapp, sollte bei euch die Selector-Plate in der vordersten Position bereits diesen kleinen Mikroschalter drücken oder betätigen, dann müsst ihr hier vorne ein kleines bisschen Material von der Selector-Plate wegnehmen. Ansonsten funktioniert euer Semi oder eure Sicherung nicht mehr, weil eben der kleine Mikroschalter bereits in der vorderen Position betätigt wird. Und das darf, wie gesagt, nicht sein. Das ist es hier bei der ICS, sehr, sehr knapp, aber geht noch in Ordnung. Bedeutet, wir haben jetzt hier einmal Semi, einmal Umschalten, einmal Safe, einmal Umschalten, dann hätten wir jetzt hier Semi, wenn der Mikroschalter betätigt wird und jetzt für Österreich oder Schweizer in der hintersten Position dann einmal Full Auto. Hier einfach nochmal kontrollieren, dass die Selector-Plate dann quasi einmal sauber über diese kleinen Mikroschalter drüber läuft. Falls ihr eine Selector-Plate habt aus Kunststoff mit so einem kleinen Messing oder, ja, ist das Messing? Weiß ich gar nicht oder keine Ahnung, auf jeden Fall mit so einem Metallblättchen drüber, dann müsst ihr dieses Metallblättchen entfernen. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Jetzt doch nochmal ein ganz kurzes Update zu der Selector-Plate. Und zwar, als ich das Ganze jetzt eingebaut hatte, war bereits im Safe-Modus bereits Semi drin. Bedeutet, nach dem Einbau wurde die Selector-Plate ein ganz kleines bisschen durch den Fire-Selector ein bisschen zurückgezogen und dementsprechend wurde der vordere Mikroschalter bereits im, ja, auf sicher oder auf safe bereits betätigt. Dementsprechend jetzt die Selector-Plate doch nochmal ein ganz kleines bisschen überarbeiten müssen. Bedeutet einfach den Steg im hinteren Bereich ein Millimeter ein bisschen abgeschliffen oder abgefeilt. Nur ein Millimeter ist ausreichend und jetzt seht ihr, dass hier der Mikroschalter auf jeden Fall nicht mehr betätigt wird. Seht ihr auch, wenn wir hier jetzt ein bisschen Spiel drin haben, dann kommt einmal Semi und dann hinten eben für im Ausland zum Beispiel Full-Auto. Also hier musste, wie gesagt, bei ICS musste die Selector-Plate im unteren Bereich ein Millimeter hier etwas Material abgetragen werden. Müsste vielleicht bei, ja, bei G&G oder so ist das vielleicht nicht der Fall, hier auf jeden Fall ordentlich, bevor das zusammenbaut, ordentlich prüfen, dass eben auf safe der Mikroschalter im unteren Bereich nicht betätigt wird. Bevor wir jetzt die Kabel dann reinlegen, nehmt ihr einmal euer Sektor-Gier her, das ist das große Zahnrad hier, da habt ihr jetzt hier im unteren Bereich einmal den Steuernocken. Und jetzt müsst ihr einfach einmal kontrollieren, ihr setzt euer Sektor-Gier hier einmal vorsichtig rein und dreht dieses einmal vorsichtig rum. Und hier kontrollieren einfach, dass der Steuernocken unten nicht irgendwo an der Platine reibt oder ähnliches und dass auch dieser kleine Mikroschalter, quasi dieser hier, einmal vom Steuernocken betätigt wird. Das kann man jetzt hier so in der Kamera nicht sehen, aber wenn ihr da schräg von hinten einmal reinschaut und das Sektor-Gier vorsichtig dreht, dann könnt ihr eben sehen, wie der kleine Schalter betätigt wird pro Umdrehung. Und dieser kleine Schalter regelt sozusagen euren Schusszyklus. So, dann zur Verkabelung. Zunächst mal ein Minus, welches zum Motor runtergeht. Das ist dieses hier mit dem kleinen Kabelschuh vorne drauf. Das ziehen wir uns jetzt einmal ein bisschen nach oben weg, vorsichtig. Denn das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir fangen an, zunächst mal mit dem kleinen Signalkabel oder mit dem Steuerkabel. Das ist das dünne blaue. Dieses legen wir uns am besten einmal unter das Minuskabel, welches hinter zum Akku geht. Also unter das lange schwarze. Einmal hier runter, dann hier unten rein. Und hier unten aufpassen, wo später das Pinion-Gier reinkommt, dass er da das Kabel so weit wie möglich unten an die Gearbox hinlegt. Quasi einmal so. So, und dann ziehen wir das andere Minuskabel, welches hinter zum Akku geht. Das ist das lange schwarze. Das ziehen wir dann einmal oben drüber. Das könnt ihr mit dem Schraubendreher ein bisschen runterpopeln. Und dann einmal sauber ausrichten. Und hier unten, wie gesagt, auch hier unten müsst ihr wieder ein bisschen aufpassen. Ich lege es vielleicht erstmal rein und zeige es euch dann. So, hier unten aufpassen, dass die beiden Kabel nicht übereinander liegen. Ihr seht, das schwarze Kabel liegt jetzt hinter dem dünnen blauen. Ansonsten kann es passieren, dass die Kabel zu weit aufbauen. Und wenn ihr später den Motor einbaut, kann es passieren, dass hier die Isolierung mit dem Pinion-Gier kaputt geht. Also hier schauen, dass die Kabel wirklich so flach wie möglich an der Shell unten dran liegen. So, dann können wir einmal hinten direkt gleich rot für den Motor unten reinpopeln. Das ist dann quasi das mit dem Kabelschuh dran. Einfach hier einmal drüber, noch ein bisschen ausrichten alles. Und dann einmal nach hinten. So, und abschließend einmal Minus zum Motor runter. Das ziehen wir uns hier oben dann gleich mit rein. Einmal oben drüber, zack, ausrichten. And voila. So, und schon liegen die Kabel eigentlich sauber drin in der Shell. So, Kabel drin. Dann nehmen wir einmal wieder unser Topboard her und setzen dieses wieder einmal vorsichtig drauf. Schauen, dass die Pins wie gesagt alle passen und drücken dieses vorsichtig einmal drauf. Dann nehmen wir uns den Abzug aus dem Beutel her, welcher dabei ist. Also nicht den Originalabzug verwenden, sondern dieser, welcher beim Leviaton dabei ist. Und da habt ihr auch so einen kleinen Gewindestift dabei. Ähm, ja, diesen hier. Und den schrauben wir uns jetzt einmal hier oben in das Gewinde rein. Hierüber können wir jetzt einmal den Abzugsweg später einstellen oder jetzt direkt einstellen. Hier empfiehlt es sich allerdings ein kleines bisschen oder einen ganz kleinen Tropfen Schraubensicherung aufzubringen. Denn ansonsten kann es passieren, dass sich der verstellt. Denn der hat im Gewinde selbst, hat der Gewindestift hier ein kleines bisschen Luft, wenn ihr das sehen könnt. Der wackelt also ein kleines bisschen. Dementsprechend empfehle ich, nehmt ein kleines bisschen Schraubensicherung. Und dann schraubt ihr den Gewindestift einmal, sag ich mal, bis zur Hälfte rein. Und dann stellen wir, wie gesagt, jetzt einmal den Abzug ein. So, dann den Gewindestift, wie gesagt, mit ein bisschen Schraubensicherung, mit einem ganz, ganz kleinen Tropfen, ein bisschen reingeschraubt, ungefähr bis zur Mitte. Dann brauchen wir die Originalfeder, also quasi von eurem Originalabzug, bei ICS oder so halt, je nachdem. Dann haken wir die einmal ein. Und jetzt können wir den Abzug einmal hier unten reinstecken. So, und jetzt seht ihr hier oben den Abstand zwischen Abzug und dem kleinen Mikroschalter. Und hier könnt ihr jetzt einmal den Weg quasi über den kleinen Gewindestift einstellen. Bedeutet, wenn ihr den weiter runterdreht oder weiter reinschraubt in den Abzug, fährt der Abzug im oberen Bereich noch weiter an den Mikroschalter hin. Ihr seht aber, ich habe das jetzt ungefähr bis zur Hälfte reingeschraubt. Und jetzt stehe ich direkt an dem Mikroschalter an. Bedeutet, ich triggere direkt vorne bei den ersten, sage ich mal, zwei bis drei Millimeter. Wenn ihr dann weiter rausschraubt, fährt der Abzug weiter nach vorne und ihr habt eben einen etwas längeren Abzugsweg, bevor ihr überhaupt an den Mikroschalter rankommt mit dem Abzug. Hier, wie gesagt, hier kann man den Abzugsweg dementsprechend einstellen. Und hier sieht man auch nochmal ganz schön, wie gesagt, wir drücken nicht direkt auf den Mikroschalter, sondern wir fahren mit dem Abzug am Mikroschalter vorbei und drücken dann letztendlich gegen die obere Platine. Bedeutet auch für Leute, die etwas gröber zur Sache gehen, ihr könnt hier den Mikroschalter nicht beschädigen. Dann nehmen wir uns die andere Seite von der Gearbox Shell her. Und das ist jetzt ein bisschen blöd zu zeigen, denn hier, wie gesagt, hier hat der Begadi mal dieses Perun V2 Optikel reingebaut. Und dementsprechend ist hier ein bisschen nachbearbeitet worden. Im Regelfall, ich erkläre es euch aber ganz kurz, normalerweise habt ihr bei ICS und auch bei anderen Gearbox Shells, habt ihr hier solche Stege dran. Hier oben zwei dicke und hier unten einen ganz, ganz dünnen Steg. Seht ihr hier, wo geschliffen wurde. Diese müsst ihr im Regelfall beim Leviathan nicht entfernen, die könnt ihr also dran lassen. Müsst ihr aber dennoch kontrollieren, später beim Zusammenschrauben natürlich, damit die nicht im Weg sind. Sollen sie irgendwo im Weg sein oder anstoßen, müsst ihr sie gezwungenermaßen leider entfernen. Aber wie gesagt, im Regelfall nicht nötig. So, dann nehmt ihr einmal aus dem einen Beutel, wo auch die Schraube drin war, nehmt ihr jetzt einmal diesen kleinen Schaumstoffklotz hierher mit dem doppelseitigen Klebeband. Und dann sprüht ihr am besten hier vorne einmal mit Bremsenreiniger rein oder reinigt die Fläche mit Alkohol, damit das Ganze hier vorne einmal entfettet ist. Dann zieht ihr einmal das doppelseitige Klebeband ab und setzt jetzt diesen Block circa mittig. Da habt ihr im Regelfall, wie gesagt, normalerweise hier unten so einen kleinen dünnen Steg dran. Und da klebt ihr einfach den Block jetzt einmal circa auf diese Höhe und vorne bündig an die Shell hin. Bedeutet einmal circa so. Hier wird quasi dann gewährleistet, dass die Platinen sauber zusammengedrückt werden und dass sie auch keinen Kontakt haben zur Gearbox Shell. Schauen wir uns aber gleich an. So, dann nehmen wir uns wieder die andere Seite her und dann können wir die Gearbox wieder alles zusammenbauen. Bedeutet, jetzt können die Gears rein und auch euren Anti-Reversal-Latch im hinteren Bereich müsst ihr beim Leviathan wieder einbauen. Also diesen bitte nicht vergessen. Wenn ihr jetzt einmal die Gears und euren Anti-Reversal wieder drin habt in der Shell, müsst ihr jetzt zunächst mal kontrollieren, dass die Gearbox-Hälften wieder sauber miteinander schließen. Hier kann es bei manchen Gearboxen vorkommen oder zum Beispiel auch bei ICS. Die haben hier am Kabelkanal so kleine Nupsel dran oder so Stifte. Wenn diese Stifte zu lang sind oder die Kabel zu dick sind, kann es passieren, dass ihr die Shell nicht zusammenbekommt beziehungsweise diese Nupsel zu stark auf die Isolierung vom Kabel draufdrücken und dementsprechend ihr eure Gearbox-Hälften nicht mehr schließen könnt. Dann müsst ihr diese Nupsel komplett einmal abschleifen oder eben abzwicken. So, und das soll es eigentlich schon gewesen sein. Jetzt können wir die Gearbox wieder zusammenbauen. Vielleicht noch ein ganz kleiner Punkt bei ICS. Dieses vordere Teil hier, was normalerweise gefedert ist, das müsst ihr beim Leviathorn weglassen. Das reibt es uns an der Platine. Das lässt man bei der ASCU auch weg. Dementsprechend einfach darauf verzichten. Dann die zweite Gearbox-Hälfte einmal sauber ansetzen. Schauen nochmal, dass die Kabel alle ordentlich drin sind. Gears Anti-Reversal passt alles. Dann fädeln wir einmal unsere Gears ein. Und auch im vorderen Bereich einmal den Abzug. Und jetzt kontrollieren, dass die Shell einmal sauber und bündig schließt. Und das ist jetzt einmal bei mir der Fall. Und jetzt nochmal ganz kurz prüfen, dass der Abzug sauber läuft. Dass er nicht irgendwie hakt oder kratzt. Das passt. Jetzt können wir die Gearbox schon mal zusammenschrauben. Und zwar nur leicht schon mal. Hier aber zunächst ein kleiner Punkt. Wenn ihr jetzt dieses Teil hier vorne bei ICS draußen lasst. Dieses hier. Die vordere Schraube nur ganz leicht handfest zudrehen. Also nicht zu stark zusammendrücken. Ansonsten habt ihr hier keinen Spalt mehr oder keinen Teil mehr drin. Dann drückt es euch die Gearbox-Häften zu stark zusammen. Also die obere Schraube, wie gesagt, nur leicht fest zudrehen. So, machen wir die Schrauben rein. Und dann schauen wir mal, ob alles soweit passt. So, Gearbox wieder zusammengeschraubt. Jetzt seht ihr hier von oben bei der ICS-Säde. Das ist sehr, sehr gut. Hier drückt jetzt quasi einmal dieser Schaumstoff auf die Platine drauf. Damit die nicht wegrutschen kann. Und auch hier oben kein Kontakt zur Gearbox-Shell hergestellt wird. Der Abzug läuft. Einwandfrei, sauber. Und auch die Gears lassen sich einmal sauber und leichtgängig drehen. So, dann baue ich die ganze Knifte wieder zusammen. Und dann schauen wir uns mal an, wie man das Ding programmiert. So, Knifte wieder zusammengeschustert. Absolut keine Probleme. Passt alles hervorragend rein. Nur ein kleiner Punkt bei ICS. Und zwar, ich habe die... Normalerweise bei ICS zieht ihr ja die Kabel nicht direkt in den Tube rein, sondern einmal in diese Führung hier. Ich habe aber auch durch dieses vordere Loch, habe ich die Sicherung nicht durchbekommen. Bedeutet, die ist ein bisschen zu groß. Dementsprechend die Kabel einfach direkt in den Tube reingezogen. Dann passt es, wie gesagt, hervorragend. So, dann stecken wir das erste Mal einen Akku an. Und zwar nehme ich auch gleich einen 11,1 Volt. Den AMAX 2150 mAh. Die müssen noch ungefähr, keine Ahnung, vielleicht 70%, 80% voll sein. Und jetzt hier auch, wenn ihr das erste Mal Strom draufgebt auf das Teil, nehmt ihr auch wieder oder bekommt ihr auch wieder eine Rückenmeldung von dem MOSFET oder von dem EFCS-System. Wenn ihr jetzt einen Akku ansteckt und das Ding vibriert einmal am Motor, bedeutet, alles ist in Ordnung, System funktioniert und ihr könnt loslegen. Wenn das Ding jetzt einmal lange piepst oder beziehungsweise einen kleinen, kurzen Piepser macht, dann bedeutet das, dass der Abzug bereits beim Anstecken vom Akku gedrückt wurde. Dann habt ihr einfach innen drin diesen kleinen Gewindestift zu weit runter gedreht und der Abzug drückt bereits auf den Mikroschalter drauf. Hier also nochmal rausschrauben und dann den kleinen Gewindestift nochmal so einstellen, dass quasi der Mikroschalter nicht betätigt wird. Dann die nächste Möglichkeit, zweimal ein kleines Piepsen, bedeutet, dass durch das MOSFET eine zu hohe Spannung geflossen ist, beziehungsweise zu viel Ampere. Wenn das Ding dreimal kurz piepst, bedeutet das MOSFET zu heiß, dann müsst ihr es erstmal abkühlen lassen. Gerade wenn ihr im Sommer vielleicht mal bei, keine Ahnung, 30 Grad mal irgendwie zu schnell getriggert habt oder sowas im 11,1er, kann es wie gesagt passieren, dass das MOSFET leicht überhitzt und dann bekommt ihr eben beim Anstecken dreimal ein ganz kurzes Piepsen. Bedeutet einfach, das MOSFET ist aktuell zu heiß, müsst ihr runterkühlen lassen. Bei ICS natürlich schön, aufklappen, mal kurz draufpusten und fertig. Die nächste Möglichkeit ist dann, ihr steckt einen Akku an und das Ding piepst einmal lange. Bedeutet, die Batteriespannung ist zu gering, also euer Akku ist entladen und ihr müsst einen frischen Akku dranhängen. Wenn das Ding zweimal lange piepst, also piep, piep, dann bedeutet das, ihr habt zu viel Volt drauf auf dem Akku, was normalerweise nicht der Fall sein sollte, denn das Ding könnt ihr mit 14,8 Volt betreiben. Ab 17 Volt fängt das Ding an, wie gesagt, zweimal lange zu piepsen. Und zu guter Letzt haben wir noch drei lange Piepser, das heißt zu viel, dass die innere Prozessoreinheit, also der Chip, zu heiß ist. Wie eigentlich ist MOSFET auch, auch hier wieder abkühlen lassen und dann einfach nochmal probieren. Also im Regelfall, ihr steckt einmal den Akku an und nehmt ein ganz kürzes Vibrieren am Motor wahr. So, einmal kurz vibriert, System bedeutet, alles ist bereit und dementsprechend jetzt einmal testen. Wir sind im Safe-Modus. Safe funktioniert, wir schalten um einmal auf Semi. Semi funktioniert und Full-Auto darf natürlich nicht funktionieren. Und hier auch, wie gesagt, einmal Safe-Semi-Semi. Also, alles funktioniert soweit. Jetzt lassen wir den Akku einfach mal angesteckt und laden uns entweder die Android-App in Google Play Store oder im Apple dann, im Apple Store, die Leviathan-App von Cheftron runter. Dann starten wir die App und verbinden uns einmal über Bluetooth zu dem Leviathan. So, also wir starten einmal die App. Jetzt seht ihr hier schon Available Devices, bedeutet, ihr müsst auf jeden Fall Bluetooth natürlich anhaben und der Akku muss natürlich angeschlossen sein. Wenn es nicht funktioniert, wie gesagt, auf dem Handy oder auf dem Tablet checken, dass Bluetooth aktiviert ist und dass auch der Akku angeschlossen ist. Dann seht ihr hier schon, eine Waffe ist verfügbar oder ein EFTS-System ist verfügbar. Dieses wählen wir jetzt einmal aus. Jetzt kommt die Passwort-Abfrage. Der Standard-Passwort ist einfach 1, 2, 3, 4. Klicke da auf OK. Jetzt werdet ihr gefragt, ob ihr direkt das Passwort ändern wollt. Ne, ist mir scheißegal. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Und jetzt, bevor ihr irgendwas macht, geht ihr zunächst mal hier oben in der Leiste auf das Ausrufezeichen. Da könnt ihr, wie gesagt, einmal das Passwort ändern, oben das alte Passwort eingeben, dann zweimal das neue und auf Speichern gehen. Dann habt ihr einmal Device Name. Hier könnt ihr eben dem Ganzen einen Namen geben, zum Beispiel, keine Ahnung, ICS Reaper oder Reaper ist der Geilste oder Schlag mich tot. Jetzt aber ganz wichtig, bevor ihr irgendwas macht, ihr klickt hier unten, seht ihr einmal die einzelnen Versionen. Bootloader, die Firmware, Hardware-Version oder die Application-Version. Application, wie gesagt, wird über den Google Play Store oder über Apple abgedatet. Wenn ihr die Firmware oder den Prozessor updaten wollt, geht ihr hier unten einmal auf Update. Und das ist wichtig. Bedeutet, bevor ihr überhaupt irgendwas macht, drückt ihr hier unten einmal auf Update drauf und dann lasst ihr das so lange durchlaufen, bis es abgeschlossen ist. Also in dieser Zeit auf keinen Fall irgendwie den Akku abstecken oder das Tablet ausmachen. Einfach laufen lassen, bis es denn geupdatet ist. Dann werdet ihr auch, wenn es fertig ist, wieder einvibrieren am Motor wahrnehmen. Somit ist die neueste Version aufgespielt. So, dann fangen wir oben in der Menüleiste an. Hier gehen wir zunächst mal auf das kleine Herzchen. Hier seht ihr gerade Connected to Reaper. Das ist mein Profil. Bedeutet, wenn ihr jetzt einmal auf die Waffe oben geht, könnt ihr hier quasi euer Profil auswählen. Bedeutet, ihr stellt hier einfach alles ein und geht dann hier einmal auf Save As zum Beispiel und könnt eurem Profil jetzt hier einen Namen geben. Und dementsprechend sind verschiedene Profile möglich. Ich habe das einfach jetzt mal Reaper benannt, von daher scheißegal. Ihr könnt es natürlich auch Standard lassen. Dann ist wichtig zu wissen, alle Einstellungen, die ihr vornehmt, werden wie beim Titan auch direkt gespeichert. Bedeutet, ihr müsst nicht jedes Mal unten irgendwie auf Save gehen, sondern das müsst ihr wirklich nur machen, wenn ihr irgendwie ein anderes Profil auswählen wolltet oder auf einem anderen Profil speichern möchtet. Dementsprechend, wie gesagt, sobald ihr hier irgendwas ändert, wird es direkt in der Waffe übernommen. So, dann schauen wir mal ganz kurz durch. Erste Funktion natürlich einmal Save, Semi, Semi. Natürlich könnten wir den Save auch deaktivieren. Ist natürlich Schwachsinn. Wir lassen einmal Save drin. Dann haben wir hier wieder einmal Semi und natürlich die deutsche Version. Auch hier wieder auf der Autoeinstellung auch nochmal Semi. Wie gesagt, ist die deutsche die Semi-Only-Version. Hier könntet ihr bei der internationalen Version natürlich auch noch Burst-Modus und lauter so lustige Sachen auswählen, was wir natürlich nicht dürfen. So, dann haben wir letztendlich nur noch die Aktivbremse. Die könnt ihr hier stufenfrei in Prozenten einstellen. Das finde ich recht geil. Also nicht nur irgendwie, ja, auf Low, Mid und High, sage ich jetzt mal, sondern hier könnt ihr wirklich sagen, okay, ich möchte nur, keine Ahnung, 10% Aktivbremse oder so drauf haben. Finde ich sehr, sehr gut, dass man das wirklich so stufenfrei einstellen kann. Ist aber wirklich nur nötig, sage ich jetzt mal, die Aktivbremse höher zu schrauben bei einer Waffe mit einer schwachen Feder und einer sehr hohen Rate of Fire. Zum Beispiel, keine Ahnung, der 0,5er mit 11,1 Volt dran. Dann benötigt ihr eine sehr hohe Aktivbremse, da das Ding sonst überdreht. Und bei einer normalen SAEG, sage ich mal, mit 1,4, 1,5 Joule, solltet ihr die Aktivbremse so gering wie möglich eingestellt lassen, damit einfach die Motorkohlen nicht so stark belastet werden. Bedeutet, hier sind im Regelfall so zwischen 15 und 20% sind hier locker ausreichend. Wenn es dann doch zu einem Überdrehen kommen sollte, bedeutet, ihr drückt einmal ab, das Ding überdreht euch. Bedeutet, ihr habt einen Burst sozusagen. Dann geht ihr mit der Aktivbremse einfach nochmal, sage ich mal, um 5 bis 10% etwas höher, bis eben das Ding sauber Semi schießt. Aber nicht gleich am Anfang irgendwie die Aktivbremse hier hochklatschen auf 80%. Das ist total unnötig, das belastet einfach nur die Motorkohlen und euer Motor geht halt dementsprechend schneller hops. Wie gesagt, Aktivbremse finde ich schön, dass man das hier so stufenfrei einmal einstellen kann. Ich stelle das jetzt mal auf 20%, das ist im Regelfall ausreichend. So, dann geht es weiter mit dem Pre-Cogging. Bedeutet, wie weit soll nach dem Schussvorgang unser Piston wieder aufgezogen werden? Je höher ihr hier geht, desto schneller löst sich der nächste Schuss. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Normalerweise sind aber 50% auch locker ausreichend. Müsst ihr aber auch bedenken, wenn ihr das Pre-Cogging zu hoch schraubt, das sage ich mal auf 80% oder sowas, dann benötigt der Motor fürs Anlaufen unheimlich viel Ampere. Ist natürlich nicht so gut, dementsprechend auch hier ein gesundes Mittelmaß finden. Dementsprechend, wie gesagt, so 50% ist normal. Rein theoretisch langen, aber auch 30%. Denn die aktuellen Motoren mit 11,1 Volt sind ja eh schnell genug, um das Ding zügig zu spannen. Dann hätten wir noch ein Delay between Shots. Ist total sinnfrei eigentlich. Hier könnt ihr einfach, wie gesagt, nochmal so ein Delay einstellen, wenn ihr eins haben wollt. Könnt ihr auch so wie so einen Repetiervorgang nochmal simulieren für MilSim. Wie gesagt, wir wollen so schnell Triggern wie möglich. Dementsprechend aus. 0,0 Sekunden. So, und dann unten nochmal Low Battery Protection. Bedeutet, wann fängt das Ding an zu warnen? Hier könnt ihr einfach nur euren Akku einstellen. Und das finde ich einen Punkt, den finde ich nicht schön gelöst. Denn hier muss man wirklich einstellen, verwende ich einen 7,4er oder verwende ich einen 11,1 Volt Lipo. Oder vielleicht sogar einen 14,8 Volt Lipo. Das gefällt mir beim Titan besser, denn das Titan überprüft automatisch, wie viele Zellen hängen an dem Teil dran. Hier müsst ihr es wirklich manuell auswählen. Bedeutet jetzt, wenn ihr zum Beispiel spielt und ihr nutzt einen 11,1er, der wird dann leer und ihr habt keinen Akku mehr dabei und dann leiht euch jemand einen 7,4er, dann müsstet ihr das rein theoretisch wieder umstellen auf 7,4 Volt. Und das finde ich, wie gesagt, nicht so schön gelöst. Es ist beim Titan schöner, wenn es einfach auf automatisch wäre. Damit das System einfach automatisch weiß, ist jetzt ein 11,1er dran oder ein 7,4er dran. So müsst ihr das jetzt hier leider manuell einstellen. So, und dann gehen wir oben einfach nochmal auf diese komische Feder, was es sein soll. Hier habt ihr einfach nochmal so eine kleine Übersicht von dem System jetzt. Bedeutet im oberen Bereich seht ihr jetzt die aktuelle Spannung von dem Akku. Der Amex, der jetzt dran ist, hat noch 11,9 Volt. Und dann könnt ihr einfach wieder hier rumspielen und rumtesten. Ihr legt einmal den Feuerwallhebel auf Semi. Seht ihr, funktioniert. Einmal auf Full Auto rüber. Sollte eigentlich auch funktionieren. Ja, hier funktioniert auch. Hier müsst ihr aber beachten, durch die Bluetooth-Verbindung lag das ein bisschen. Da habt ihr ein bisschen eine Verzögerung drin. Bedeutet auch, wenn ihr jetzt einmal über den Trigger oder den Abzug betätigt, werdet ihr feststellen, seht ihr, da habt ihr immer so eine Sekunde Verzögerung drauf, bis das wirklich dann reagiert. Na, komm. Jetzt, da seht ihr, jetzt reagiert das. Ich gehe runter. Ja, irgendwann hört es mal auf. Also ihr seht, durch die Bluetooth-Verbindung leider ein relativ langes Delay drauf. Aber ihr könnt auf jeden Fall prüfen, ob euer Feuerwallhebel im Semi- und auch im Auto-Modus funktioniert. So, und dann haben wir da unten auch nochmal einen BB-Counter. Den könnt ihr entweder einmal hier resetten komplett oder dann später auch einmal über den kleinen Mikroschalter, der seitlich an der Platine dran ist. Hier auch vielleicht noch zu wissen, wenn ihr hier in den Optionen euer Passwort ändert und das Passwort vergessen solltet, dann könnt ihr auch über den kleinen Mikroschalter, den ihr seitlich an der Selector-Plate dran habt, wenn ihr den betätigt, wird auch alles resettet. Bedeutet, ihr habt dann das Original-Passwort wieder 1, 2, 3, 4, wenn ihr euer Passwort mal vergessen haben solltet. So, so viel auf jeden Fall schon mal zur Software. Leider die deutsche Version, wie gesagt, die ganzen lustigen Sachen, auch die Double-Trigger-Funktion fehlen leider. Da gibt es ja auch so rege Diskussionen gerade, Double-Trigger erlaubt oder nicht. Meiner Meinung nach ist ein Double-Trigger eine Burst-Funktion und dementsprechend in Deutschland verboten. Andere Leute sind einer anderen Meinung, wie gesagt, meiner Meinung nach und auch Begadi sagt, das Ding ist verboten im Double-Trigger, dementsprechend auch beim Leviathan in der deutschen Version deaktiviert und auch beim Perun in der deutschen Version ist der Double-Trigger deaktiviert. So Leute, damit wird das Teil eingebaut. Ging eigentlich mega schnell und einfach, wie ich fand. Man muss nicht irgendwas nachbearbeiten oder sonstiges. Sondern die Platinen schön schlank gewählt und dementsprechend vom Einbau sehr, sehr simpel. Muss man also eigentlich nichts nachbearbeiten in der Stelle, um das Ding reinzubekommen. Finde ich schon mal sehr, sehr gut. So, ansonsten vom Ansprechverhalten. Gut, es ist ein 11.1 hier drin. Ansprechverhalten bei der Mars ist hervorragend. Allerdings ist die Mars sehr, sehr laut, muss ich feststellen. Das nervt mich gerade ein bisschen, deswegen triggern wir mal nicht so oft. Ein kleiner Punkt, der mir aber aufgefallen ist, ihr müsstet vielleicht mal kontrollieren, wenn ihr den Abzug einbaut, dass ihr den vielleicht noch ein bisschen schimmt. Denn dieser hat bei der Mars oder bei der ICS links und rechts ein bisschen Spiel. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Den kann man hier ungefähr zwei Millimeter links und rechts ein bisschen hin und her drücken. Das stört mich ein kleines bisschen. Denn hier kann man, wie gesagt, wenn man zusammenbaut, einfach nochmal einen 0,5er Schimmel oder sowas aufbringen und dann den Abzug einfach ein bisschen einschimmen. Ansonsten fällt aber auch auf, vom Abzug selbst her ist es eigentlich genauso wie ein Tiden. Bedeutet, man drückt eigentlich ins Leere. Also man nimmt nicht wie bei G&G irgendwie einen Mikroschalter wahr, den man drückt, sondern man drückt einfach halt einmal durch und irgendwann kommt der Mikroschalter und dann schlägt das Ding ab. Also komplett ohne Druckpunkt. Finde ich aber nicht schlimm. Dafür finde ich es aber sehr schön, dass man über den Gewindestift den Abzug wirklich sehr knapp einstellen kann. Bedeutet, ihr könnt wirklich ganz knapp an den Mikroschalter hindrehen, den Abzug und dann sehr, sehr schnell im vorderen Bereich triggern. So, also Einbau soweit erledigt. Dann würde ich sagen, machen wir vielleicht abschließend noch ein kleines Fazit. Zunächst mal, was mir sehr gut gefällt, gerade schon angesprochen, der Ding ist mega simpel zum Einbauen. Es sind alle Kabel dran, alle Kabel natürlich, aber auch alle Stecker sind dran und auch muss man die Gearbox jetzt gerade auch bei ICS absolut nicht nacharbeiten. Passt also hervorragend rein. Gerade auch in Bezug auf die ASCU, welche relativ dick aufbaut und man dementsprechend auch teilweise das Ganze ein bisschen quetscht, wenn man die Schrauben zumacht, ist jetzt hier beim Leviathan nicht der Fall. Denn die Platinen oder die ganze Steckverbindung ist sehr, sehr schlank gewählt von Chef John und dementsprechend wird hier nichts irgendwas gequetscht oder auch komprimiert. Geht also mega simpel zum Einbauen und ist wie gesagt schön kompakt gehalten, das ganze System. Dann der nächste Pluspunkt, man benötigt zum Einstellen keine Adapter, keine Kabel und muss das auch nicht wie jetzt zum Beispiel beim Perun über den Abzug machen. Geschwindens Handy auspacken, geschwindens die App aufmachen, Bluetooth anhauen und dann einfach seine Einstellung ganz kurz wählen. Finde ich gerade schön, wenn man jetzt zum Beispiel sagen, wenn man mit 2 Joule spielt auf dem einen Feld und auf dem anderen Feld vielleicht nur mit 1,2 Joule. Damit kann man dementsprechend seine Aktivbremse und sein Pre-Cogging je nach Feder sauber und schnell über das Telefon oder das Handy einstellen. So und auch der dritte Pluspunkt bei dem Teil, was mir sehr gut gefällt, sind die, ja dass man eigentlich keine Stufen hat. Habt ihr gesehen, man kann wirklich Pre-Cogging und Aktivbremse wirklich 1, 2, 3, 4, also wirklich stufenfrei einstellen, wie man es gerade braucht. Finde ich also hier sehr, sehr gut. Zwei kleine Kritikpunkte habe ich. Dann wäre zunächst mal, wir haben hier keine optischen Sensoren, sondern mechanische Sensoren. Also gut, Sensor nicht, aber wir haben hier Mikroschalter. Bedeutet, irgendwann, früher oder später, kann es eben passieren, dass der Mikroschalter gerade beim Sektor-Gear, wenn das Ding halt 50.000 Mal betätigt wird, kann es halt bei einer Mechanik doch vorkommen, dass er eben beschädigt wird oder dass eben das Ding irgendwann mal abkackt, sage ich mal. Das ist bei einem optischen Sensor im Regelfall nicht der Fall. Wie gesagt, bei einem optischen Sensor, der kann halt dreckig werden, verunreinigen, dann macht man es sauber und dann funktionieren die normal wieder. Hier, wie gesagt, das Ganze mechanisch geregelt. Und der nächste kleine Kritikpunkt oder Neutralpunkt finde ich, das finde ich allgemein bei Chefton immer ein bisschen blöd, Perun und auch Gate gibt bei ihren ganzen MOSFETs und auch EFC-Systemen, gibt immer an, wie viel Ampere hält das Ding aus oder wie viel Ampere kann ich hier maximal durchgeben. Ist jetzt hier wieder von Chefton leider nicht der Fall. Bedeutet, ich weiß nicht, wie viel Ampere kann ich dem Ding wirklich geben. Und im Peak, sage ich mal, wenn ich mal auf 90 Ampere komme, kann es eben passieren, dass das Ding vielleicht abraucht. Weil ich habe einfach keine Werte, was das Ding aushält. Das finde ich ein bisschen schade. Also hier hätte Chefton doch angeben können, ja, wie viel Ampere kann ich dem Ding zutrauen oder draufgeben. Leider, ja, auf der Verpackung oder in der Anleitung nicht angegeben. So, also abschließend, ich finde es besser wie die ASCU, da es einfach wesentlich schneller und einfacher zum Montieren ist. Auch die Kabel, alles hervorragend, dementsprechend, wie gesagt, besser wie die ASCU. Und jetzt im Vergleich zum Perun, zum optischen, würde ich sagen, preislich liegen sie ungefähr gleich. Da finde ich beim Perun finde ich es besser, dass es optische Sensoren hat. Allerdings ist das Einstellen vom Perun über den Abzug nicht wirklich benutzerfreundlich. Also das gefällt mir gar nicht. Hier ist wiederum das Leviathan von Chefton über Bluetooth natürlich um einiges benutzerfreundlicher und auch schneller. Wie gesagt, preislich liegen sie ziemlich gleich. Würde ich fast eher zum Leviathan raten, wer viel umstellen will, wer das Ding einmal reinbaut, kann zum Perun greifen. Nichtsdestotrotz bleibt immer noch mein Favorit, immer noch das Gate Titan. Klar, man muss natürlich Handy anstecken oder Tablet anstecken. Hier hat man aber die meisten Auswahlmöglichkeiten und auch von der Ampere, was das Ding aushält, ist das Titan immer noch tot not. Wenn man halt kein BTC herbekommt zum Beispiel. Also, ein schönes Ding, gefällt mir vom Preis her in Ordnung. Wer Bock drauf hat, kann hier problemlos zugreifen. So, damit sind wir durch. Wenn ihr noch Fragen habt oder Hilfe benötigt beim Einbau von dem Leviathan, ihr wisst Bescheid jederzeit unten ins Kommentarfeld reinhauen. Auch wenn ich irgendwo missgelabert habe oder etwas besser erklären hätte können, auch einfach alles in die Kommentare unten rein. Ich bedanke mich natürlich wieder recht herzlich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Woche. 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 Wir sehen uns in der nächsten Woche.